ja ich kann uns noch hochgehen auf eine 50.000er leitung wie viel ich dann kriegen werde weiß ich nicht das müsste ich dann eben ausprobieren oder ja oder erfragen wahrscheinlich ausprobieren das muss man eben auch genau 64 muss man dem abwarten kommt auch weg jetzt hier dass das dass das baum ich sowieso meistens mit erde hoch das soll auch weg das gold kann da rein und haut stein hierhin so okay suchen wir uns eine andere ecke spinne macht nix das gut ja also mal sehen ob ich das mache weiß ich noch nicht erst mal noch nicht oh ja das wächst ja das ist gut ja gut also amiga link du hast recht es lag am mangelnden dicht sehr schön dann lassen wir das ebenso gut man lernt immer immer dazu einmal im ernst ja woran hätte sonst liegen sollen ja gut am licht auf die die wäre ich auch nicht gekommen wo wollen wir denn jetzt noch hingehen also ich will noch ein bisschen da bleiben weil ich jetzt noch mal ja noch ein paar kartoffeln ernten oder so naja das also aber dann kann ich ja mal nach der nach der aufnahme noch machen weil das ja nicht so interessant ist ich will lieber noch auf rohstoffkultur gehen da unten waren wir ja auch schon wo können wir denn mal hingehen da war auch schon was geholt noch mal nach da hinten hier und das war jetzt nicht so ergiebig aber da hinten haben wir noch was da hinten da kann man ja auch noch runter gehen zum beispiel mal in diese richtung oder soll das einfach mal wagen einfach mal so runter springen ins wasser und dann gucken was wir dann so finden wir werden schon irgendwie wieder hochkommen das ist aber ja kohle oder da ist eisen und da sind diamanten ja also wenn wir dahin kämen das wäre schon nicht verkehrt ja die frage ist nur wie sollen wir dahin kommen außer durch runter springen ja wir können ins wasser springen und dann und da irgendwie hoch bauen oder wir graben uns runter moment mal was haben wir denn hier außer gold ich sehe es da vorne dass das sieht interessant moment ja da kann man sich runter bauen dass das versuche ich mal so jetzt müssen über wechseln okay und noch ein bisschen weiter aber das reicht noch nicht wo muss ich denn jetzt genau hin war das da nicht da drüben wo das sind auch die man oder oder muss ich dann noch noch weiter nach unten ja doch ich muss noch weiter nach unten okay das hängt da alles über das ist ja jetzt nur nicht runterfallen dann bin ich tot nee wir müssen das doch anders machen ins wasser springen und dann wieder hoch bauen ich muss nur wieder hoch kommen irgendwie da oben ist ein diamant da oben ist natürlich noch schnell noch hoch bauen vielleicht sind da ja noch mehr ich drücke mich drücke mich nur vorm ins wasser springen direkt unterm schnee ja auch gut achte ich wollte die erwerfen naja egal so schwert in die hand und jetzt nein da nicht hier vielleicht am schweinchen vorbei ja nee dass das ist nix ich will schon ins wasser springen aber hier sollte es gehen aber auch noch nicht ganz doch ich muss einfach nur weit genug springen und wenn es schief geht ja dann habe ich aber ganz schön pech gehabt ja ob das mal gut geht nee das will ich jetzt nicht ausprobieren ich will ich will ja schon auf nummer sicher gehen moment mal wir kriegen das schon hin das muss doch irgendwie jetzt gehen hier da ist doch genügend wasser da oder vielleicht von weiter da vorne so von von hier irgendwie ja doch hier geht's hier hier kann ich runter okay erde habe ich da zum hochbauen ansonsten muss ich was abbauen ja wird schon gehen also los angewagter sprung ins kühle nass ich gucke noch mal wofür wir das ganze machen hier seht ihr da sind diamanten und und eisen ja da müssen wir uns dann wieder hoch bauen okay also unter der augen zu und durch moment hier so und ich bin noch nie so weit gesprungen aber ich habe es überlebt gut gut man damit da vorne auch gleich moment spielt sich das in was das ist rotstein dann war hier auch gleich eisen und gold und da ist eisenerz okay also los fangen wir mal an wenn wir schon hier sind da wieder hochkommen naja das wird schon gehen wir müssen einfach nur genügend erde haben und dann geht das auf jeden fall haben wir jetzt erstmal genügend eisen aber das will ich nicht zum hochbau nehmen natürlich so okay das hätten wir und dann war doch da drüben noch was ach da genau ne also habe ich eigentlich erzählt moment das muss ich überlegen ich weiß nicht mehr ich kann dennoch erzählen also in der letzten aufnahme dass das weiß ich auf jeden fall noch habe ich erzählt von karate und dass ich damit jetzt wieder anfangen will ja stimmt auch alles aber das eine gold muss mit das sollte eigentlich letzten mittwoch schon sein da ist das was aber da viel ist leider aus also ja das ist kann eben auch mal sein dass ausfällt und leider gerade an dem tag wo ich anfangen wollte da viel ist einfach mal aus dumm gelaufen aber so ist das manchmal und so muss ich mich jetzt eben bis zum montag gedulden heute ist samstag ich nehme ausnahmsweise mal an einem samstag nachmittag auch und nicht abends immerhin aber warum nicht ja ich muss mir also noch bis montag gedulden und dann werde ich in dieser großen halle dann sein ich muss mal hier zu machen und da war ordentlich reisen her das gut ja ich freue mich schon drauf ich werde mich zwar anstellen wie der erste mensch irgendwie aber für was soll's ich komme schon wieder rein so haben wir das auch und das hier noch ja ich bin echt gespannt wie ich mich da anstellen werde habe ich eigentlich noch eine weitere spitzsacke nee ja dann moment ach so hier dann muss ich mir noch keine bauen denn dass die hält nicht mehr so lange so also wo gehst jetzt weiter mit da das sind diamanten ok so ja sehr schön ja und so langsam können wir dann auch wieder daran denken zurück zu gehen ich will ja auch wieder zurück aber ich habe noch keine idee was ich dann machen könnte also ich meine ideen habe ich genug aber ja doch oberklein wieselberg muss ausgebaut werden das ist ja das nächste große projekt das gemacht werden muss und ich will auch wieder im kulturgarten weitermachen denn da habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gemacht das muss auch wieder sein so kann ich jetzt kannst du hier auch weg wenn du den weg findest na gut aber besonders weit kommst du dann nicht ich mache dir mal hier eine brücke hin das bringt aber nicht viel leider ach so wir wollten uns ja hier hochbauen richtig wo war das denn war das schon hier hier noch nicht da ist auf jeden fall eisenerz gut dann mal hinter und da ist auch eine höhle und lapislazuli ja dann erkunden wir doch mal die hülle also nein er kunden wir nicht aber das bisschen lapislazuli will ich abbauen hier auch so ein block drei blöcke auch das geht gar nicht so doch da oben ist noch was ok wir haben eisen jetzt gefunden woher was habe ich gerade erzählt nö weiß ich nicht mehr ist weg wir wollten uns doch hochbauen genau irgendwie aber hier haben wir ja auch jede menge eisen das doch auch nicht verkehrt da haben wir noch was freigelegt ach ja ich war dabei ich war dabei zu erzählen was ich noch machen will ja oberkleinwieselberg ausbauen und ich muss erst wieder hochbauen was noch am kulturgarten genau da muss auch wieder was gemacht werden dass es da auch mal weiter geht ich weiß auch schon was da müssen wir noch ein paar wege anlegen aber das das kommt dann noch alles jahre aber in der hauptsache werden wir dann oberkleinwieselberg ausbauen das haus ist ja endlich fertig oder so gut wie noch ein paar verzierungssachen fehlen noch aber okay die kommen so nach und nach ja der rotstein hat eben gefehlt das war das ja aber davon haben wir jetzt unmengen zumindest noch hier aber ich werde das inventar vollhauen und dann so viel mitnehmen wie ich nur tragen kann ja das wird ein spaß werden und ich glaube letztes mal als wir hier waren da habe ich doch auch rotstein gesammelt und dann einfach vergessen mitzunehmen oder ich meine so war das irgendwas habe ich auf jeden fall vergessen war es der rotstein war es das gold das weiß ich jetzt nicht mehr oder beides wäre natürlich nicht verwunderlich so dann gehen wir mal hier hoch diesmal jedenfalls will ich das nicht vergessen das wäre schon peinlich wenn aha ich glaube das ist jetzt die ebene wo ich hin wollte da ist auf jeden fall jede menge und ein skelett auch so das sich irgendwie gar nicht um uns gekümmert hat aber auch gut ja dann fangen wir doch mal an hier drei nach alles weg zu bauen was denn so kommt oh da ist noch mehr soll mir recht sein ach da ist noch was oh da noch mehr haha schön ok moment hab ich da was übersehen ne dann das eisen eisen eisenerz ok das hätten wir auch und dieses hier ist leider nur ein block aber es ist egal jetzt haben wir schon ähm zwei ne ein ein äh zwei drittel aber ja hier war auch irgendwo noch ich meine irgendwo noch diamanten meine ich 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 meine ich hätte welche gesehen na egal wir bauen jetzt mal das eisen hier noch ab ich hätte mir ein bett mitnehmen sollen bei tageslicht ist das alles viel schöner ich kann mir gar keins bauen holz ließe sich ja hier finden und da ist noch mehr ähm schafe auch aber irgendwo sicherlich da oben ist noch eisen da auch da auch wo sind denn die diamanten da waren doch noch welche die habe ich doch von oben gesehen hm oder habe ich die schon eingesammelt hm ich sehe da jetzt keine ja egal ja egal dann äh mach ich hier zu diesem eisen hin eisenärzt äh da so ähm irgendwie buddle ich mich da jetzt mal durch das wird schon irgendwie klappen ach es ist so dunkel hier mensch es ist so so Untertitelung des ZDF, 2020